Einen wunderbaren guten Tag meine werten Freunde, was geht und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Part von Super Mario Bros. Wanda. Ich hoffe ihr hattet eine schöne Zeit während dem Warten. Und ja ohne Wartes würde ich sagen, let's flippin go, wir schauen uns ein bisschen neu, damit wir den ganzen Anfang sehen. Und ja natürlich mit dem Dingsabzeigen quasi das heißt. Oh, na gut. Das ist nicht so ein Abzeichen wie ich dachte. So, boom. Das ist nicht so geklaut wie sonst, wenn du drauf springst und dann machst du einen Hübschhaken wie zum Beispiel auf einen Gumball. Okay. Das heißt, wir werden das Hirn springen. Das springt auf. Oh, das hat mich so Weihnachtsmann... Nein, nein. Ich wollte noch die Münze. Oh, das ist ja noch mein Mann. Oh, das ist doch so ganz schön. Ja, ich bin da und zwar in der Fall. Kommt drauf. Alles klar. Scheiße. Kommt drauf drauf. Nein, die Mönze. Scheiße, wir sind zu gut. Das ist ein fieses Level, das ist ein richtig fieses Level. Das Ding ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Schaden kriegen. Automatischer Superpilz. Ja, ich bin da. 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 Das ist ein echtes. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das ist noch nicht so sehr. Ich bin da. Oh nein. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Warte, wir machen das anders. Ach du. Boom, let's keep and go. Oh, dann werden wir den zweiten Wundersamen. Let's go. Hätten wir das geschafft. So, haben wir jetzt alles bis jetzt. Haben wir, 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 haben wir. Ja, jetzt kommen wir mal. Dann let's go da hinein. Und los geht's. Palast, ja, Röhrenfelsenwiese. Jetzt ist der Palast an der Reihe. Nicht vergessen, dass du Erdrück machst und selbst sein Verrechsen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Oh nein, nicht wieder. Oh, das ist doch schön. Kann man nicht fallen? Dann gehen wir auch so mal nötig für die Überlösung. Das ist ein paar Sachen. Das kommt mit dem Weg. Und wir haben noch ein paar Säge. Oh, ich hab die Twinnega. Ich hab die Twinnega. Easy going. Oh nein! Nein, nein, nein! Okay, mir das. Jetzt will ich noch ein Pilz noch. Wenn es mal an der Geschwein hat. Aber trotzdem laufen wir es. Nein, ich bin zu dumm. 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 Was waren wir hier? Ja, wow. Ich spawn in mir. Ich weiß, dass es da kommt, oder was? Ich weiß, dass es da kommt, oder was? Ich weiß, dass es da kommt, oder? Ich weiß nicht, dass ich da nicht erst mal ein item kriege. Chillig. Alright. Okay. Natürlich. Boss? Außer Junior. Was? Glaubst du, du kannst mich raufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht dir sicher Spaß. Die wollen für dich hinzuschauen. Alright. Ich würde mich sagen, so. Das wird's nicht mal gewollt. Woah, 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 woah. Ich will ja nicht zahlen, aber ein bisschen unbeer ist das, mein Mann, ja? Aber wir können immer noch ziemlich damage machen. Ich glaube, das ist ein Schwerer jetzt in Superfum. Ich glaube, das ist ein Schwerer jetzt in Superfum. Wow. Beide ich dir. Haha. Wahnsinn, natürlich nicht nur noch die Leute. Okay Let's gooo Oh, das sieht aber schön aus Aber ganz im Ernst, das sieht schön aus Und so gelang es Mario und den Prinzen in den Palast zurück zu erobern Mit dem geretteten Königsamen wenden sie sich Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist Können Sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Ja, ich würde schon sagen, ja Ja, bis später Sehr, sehr schön Die Blüteninsen liegen direkt vor uns Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs Los, schnappen wir uns diesen Bowser Alles klar, Biggie Blüteninseln Blüteninseln Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken Hey, ist das etwa Ja Wow He 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 Meine Piranha-Wolken werden alle Sturmflüge fernhalten Deshalb kann ich mich ganz drauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln Sobald ich genug für ein grosses Wunder habe, wird die Welt mir gehören Gah Das ist ja furchtbar Können wir denn gar nichts zu einem hinaufzuhalten? Oh doch sicher Oh, was passiert denn jetzt? Oh, was passiert denn jetzt? Oh, es war immer Rauch Was ist denn jetzt denn noch aufgesammelt? Wie, wo ist denn die Piranha-Wolken hin? Was habt ihr getan? Solche Macht nur durch einen einzelnen Königshamen Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben Ich muss um etwas bitten Einen sehr grossen Gefallen Würdest du mir helfen, mehr Königshamen zu finden? Äh, klar Sie sind unser grösster Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können Die Königshamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen Wenn es uns gelingt selten loszuwerden, können wir Bowser erreichen Sure Ich freue mich ja so, vielen Dank Gut, dann sollten wir zugleich zum Wölkerngebirge nördlich von hier aufbrechen Es gibt einen Königshamen im Palast an seinem Gipfel Okay Aber wir müssen jetzt mal schauen Haben wir den Welt 1-2 Den Secret Exeter, das ist 1-1 Welt 1-2, oder? Ja, ich würde sagen, ja Ich würde sagen, ja Okay, das ist halt schon massiv Was dieser Brie da gebaut hat Ja, zu was sich dieser Brie transformiert hat Haus des fleißigen Fischers Natürlich Äh, was ist das Problem? Ach, sagt dieser gemeine Kerl hier, jetzt beißen die Fischer nicht mehr Was soll ich denn jetzt noch angeln? Aha Oh, das finde ich nicht gut Wir müssen helfen Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten Bis der Fort kommen auch die Fische wieder Wirklich? Ihr denkt das klappt? Natürlich Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte Bitte, ich möchte auch helfen, nimm diesen Wundersamen, den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen Okay Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben Greif zu! Wirklich? Ah ja, Tatsache Sieht aus wie eine Orange Speichervorgang Uh Oh, schau dir das an, das ist so schön Hier brauchen wir zwei, dann haben wir zu wenig Hm, da wir wohl nicht genug Wundersamen, sammeln noch mehr und kehren dann hierher zurück Klar, natürlich Im Territorium der Sandhechte Abzeichentest Delfin Kick 1 Dann, wir machen den Abzeichentest Und danach beende ich den Part, weil es geht ja schon nicht wieder zu lange Der Abzeichentest legst automatisch das falschen Abzeichen an, ich gebe alles um sie zu meistern Abzeichentest Drück unter Wasser, er unterschützten Kontrolle, um einen kurzen Beschluss zu zu erreichen Ja, aber das ist cool Ah, damit können wir dann wahrscheinlich auch Hier, ne? Ok, cool Oh, die Münze, ich brauche die Münze Oh, die Münze Ich brauche die Münze Gib mir die Münze So Jetzt Was? Oh, da gehen wir dir nicht hin Zauber Komm Geht allein, danke Oh, ein bisschen zu reclame. Oh, was ist denn? Du schwimmst toll! Danke! Nice! Bye-bye! Man kann die Modes machen. Oder einfach Fortnite. Na, nein. Mir gefällt dir, wie auch immer er heißt, sehr gut. Nachzeichen, dass du verlierst, kann ich ja gut, das wissen wir auch. Nachzeichen, Test. Jetzt kann ich manchmal keine Fehler machen. Schon vielleicht macht's. Nein! 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 Da ist Mario! Heiße! Doch gibt's! So, perfekt! Vielen Dank! Und damit, meine werten Damen und Herren, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch Super Mario Sonder gefällt, lasst mir sehr gerne ein Like da! Lasst mir auch gerne ein Abo da! Und ja, schreibt einen Kommentar! Und bis dahin, und ciao, ciao! Ayakami Tendo! Bis zum nächsten Mal! 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 D